Yo, 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 mein Name ist A zum J, ich bin Lenz Butters und wir sind hier beim Splashmag Punchline Quiz. Ja, herzlich willkommen beim Punchline Quiz mit A zum J und Lenz Butters. Du hast jetzt Verstärkung geholt für den zweiten Teil Punchline Quiz. Beim letzten Mal lief es nämlich so gut. Was war das das letzte Mal? Sieben oder so? Ja, ich glaube, das waren ungefähr sieben. Also so schlecht war es auch nicht, aber so ein paar Dinger waren drin letztes Mal. Also da ich ja schon mal da war, Lenz, da müssen wir ganz vorsichtig sein, weil das Ding ist, da sind so diese Trickfragen, weißt du? Weißt du, so diese Fragen, die einem nur so, weißt du, so irgendwie so, ja, bla bla bla, irgendeine Zeile und dann denkst du bei zwei, das müssen die sein, aber es ist immer der Dritte. Es sind immer die einzelnen Wörter, die nicht stimmen, so der würde nicht das Wort benutzen. Ja, aber es gibt halt so diese, die so verarscht werden und dann sind auch diese Zeilen drin, wo sie von uns ein Statement wollen, so, weißt du? Ah, okay. Weißt du, diese Zeile so, wo dann so ist, so, ja, was hat er über den Deutschrapper zu sagen? Ja, okay. Weißt du? Deswegen musst du aufpassen. Alles, ja genau, müssen wir ganz diplomatisch... Es ist tatsächlich diesmal ein Special, ich habe nur so Befindlichkeiten-Lines, also so befindliche, diepe Lines drin. Tschüss! Das ist genau meins, Bruder! So, soll ich loslegen? Ja, let's go! Let's go, Alter! Erste Line. Meine Mom hat sogar geweint, sie hat's gehört und gepeilt, dass im Endeffekt jeder Rhyme, den ich schreibe, dein Name schreit. Torch, PA Sports oder Curse? Digga... Das ist so ein Ding, weißt du, weil jetzt PA Sports eigentlich extrem rausfällt. Darf ich kurz hören, wer sind die drei? Torch, PA Sports oder Curse? Okay, und jetzt die Deine. Meine Mom hat sogar geweint, sie hat's gehört und gepeilt, dass im Endeffekt jeder Rhyme, den ich schreibe, dein Name schreit. Bruder, also das Ding ist, also PA Sports fällt so krass raus, dass es eigentlich Dings, ne? So eine Falle ist. Das muss er anscheinend sein. Man erzählt sich, er ist es. Da drüben macht im Übrigen jemand sehr gern und oft Kaffee. Ich meistens. Was machst du? Curse gab's noch, ne? Curse, Torch und PA. Sagt der Peilen? Curse? Peilen. Auf jeden Fall weint Curse am meisten. Wir haben Curse am meisten. Aber warte mal, warte mal. Sagt der, ich hab sogar geweint? Ne, er sagt, meine Mom hat sogar geweint. Achso, meine Mom hat geweint. Weil sie's gepeilt hat, oder er? Sie hat's gehört und gepeilt. Sie hat's gepeilt? Ja. Dass im Endeffekt jeder Rhyme, den ich schreibe, deinen Namen schreit. Boah, aber das ist schon so... Das ist so PA dramatisch. Nein, aber der wird nicht Mom sagen. Oh, das ist ein guter Punkt. Weißt du, was ich mein? Ey, lass Curse. Nehmen wir einfach mal Curse. Ja, das ist richtig. Und was ist jetzt von Curse? Achso, Alter. Ja, klar. Das ist das einzige Lied, das er hat. Nein, nein, nein. Ich will sagen, ich will sagen. Auf YouTube ist das voll damit. Last Lied. Ja, genau. Das einzige, was er hat. Ja, sehr gut. Geht direkt weiter. Na klar. Kein Problem. Ja. Meine Seele hab ich verkauft. In meiner Gegend Verbrechen und Raub. Du willst reden, bitte hör auf. Weiß ich. Haiti? Weißt du das? Ja, das ist Haiti. Ja, das ist richtig. Welcher Track? Weißt du das? Messe. Ja, richtig. Bruder. Nicht schlecht. Die Hook killt. Ja, ich kenn tatsächlich nur so richtig die Hook. Die Hook killt, Alter. Der Rest nimmt man so mit, aber die Hook killt. Ja, Hook und Beat. Brutal. Sehr gut. Dritte Line. Sie trauen ihren Ohren nicht. Rauer Wind. Wär auch gern still, doch fühl mich taub und blind. Moses Pelham, Kredibil oder Farid Bang? Das ist jetzt bestimmt so von Errol, aber weißt du, müssen wir jetzt auch, wenn wir das jetzt so nicht wissen. Also vor allem ich. Ja, Farid. Shit, nochmal die Zeile. Sie trauen ihren Ohren nicht. Rauer Wind. Wär auch gern still, doch fühl mich taub und blind. Das ist auf jeden Fall nicht kredibil. Sag ich so. Rauer Wind. Rauer. Moses Pelham. Ja, und Farid Bang. Und Farid... Farid Bang? Also halt, das ist ein Fragezeichen. Ich würde am ehesten Moses Pelham sagen. Keine Ahnung. Ja, aber wir sagen deswegen. Die können uns ficken, Alter. Die sind in unseren Köpfen. Das ist... Hört man es eigentlich genug so, wenn das Mikro sich... Ja. Ich habe so etwas noch nie gemacht. Ich bin kein guter Interviewer. Mach die Untertitel. Die sie nicht mal bei der Abnahme verstehen, weil sie haben sich ja nicht verstanden. Ja, stimmt. Ähm... Ähm... Ne, ich bin... Ey, ich bin für... Für... Für? Schon vergessen, worum es geht. Warum sind wir nochmal hier? Ich bin für Pelham. Ja, lass Pelham nehmen. Ja, okay. Es handelt sich um einen Coversong von Moses Pelham. Oh, Alter! Snitch, Alter! Aber wenn es ein Cover ist, dann hat Moses Pelham das ja auch gesagt. Ja, ursprünglich. Guck mal, jetzt haben wir ihn. Uh, wer sitzt in welchem Kopf, ne? Nein, das ist falsch. Was? Kredibil ist richtig. Ne! Hä? Halt! Also, ist das... Hat er den Text komplett übernommen? Von wem? Nein, hat er nicht. Nee, hat er nicht. Das ist ein anderer Text. Diesen Demo-Take. Ja, genau. Das ist ein anderer Text auf jeden Fall. Ah... Uh, was bist du für ein Freund? Streit jetzt ausschließen. Nicht hassen wir uns. Das versuche ich immer hier, ja. Kommt doch Kredibil! Wenn du willst. Ich wusste, dass die noch reinkommt. Na klar, Digga. Nicht nur einmal. Immer, wenn wir das nicht erwarten. Vierte Line. Es war ein Herbsttag und zwar der 1. November. Ich hab noch immer ein Herz drin in meinem Kalender. KIZ, Moneyboy oder Casey Rebel? Was? Digga, die Antwortmöglichkeiten sind auch komplett wahllos. Nein, nicht. Warte. Es ist 1. November. Ich hab immer noch ein Herz in meinem Kalender. Ja. Also, ja. Ein kalter Herbsttag. Es war ein Herbsttag und zwar der 1. November. Ich hab immer noch ein Herz drin in meinem Kalender. Das ist so wack. KIZ, Moneyboy oder Casey Rebel? Wie du es ganz kurz zurückgenommen hast, weil du keinen Bock hast auf Stress mit Casey. Wenn es von ihm ist. Casey Rebel, KIZ und Moneyboy. Also, keine Ahnung. Macht Moneyboy so eine Songs? Ey! Das ist Moneyboy. Dieses dumme Lied auf diesem Riesenrad, ne? Ja. Es ist an diesem einen Tag am Rummelplatz. Genau, ja. Bruder. Bruder. Agathe. Okay, das heißt, 2 von 3 jetzt. Ne? Richtig. 2 von 3. 2 von 3. Nach Adam Riese. Fünfte Line. Kann mich nicht verstellen, denn ich bin kein Lügner und kein Proll. Fuck nein. Ihr habt Schubladen und ich passt da nicht rein. Tai Chi, Casper oder Frauenarzt? Ey. Ich sag einfach Tai Chi so. Bevor wir hier natürlich noch nicht vloggen. Da heißt doch jetzt Aimo Brockmann. Ist es Tai Chi oder Aimo Brockmann? Sag den Namen mal. Ist es Tai Chi oder Aimo Brockmann? Das ist fies. Jetzt hat er es schon verraten. Es ist auf jeden Fall Aimo Brockmann. Es ist auf jeden Fall Aimo Brockmann. Es ist Tai Chi oder... Es ist... Dein Kopf ist deinem Bruder. Du kannst nichts tun. Wir drehen den Spieß hier um. Sag gar nichts. Tai Chi oder Aimo Brockmann ist nämlich die Frage. Es ist Casper. Nein, Spaß. Siehst du? Der hat sich verraten. Das ist nicht Casper. Was waren die Antwortmöglichkeiten? Also nochmal. Rewind that then. Tai Chi, Casper oder Frauenarzt? Okay, dann jetzt nochmal. Jetzt nochmal. Die Line. Kann mich nicht verstellen. Denn ich bin kein Lügner und kein Proll. Fuck nein. Ihr habt Schubladen und ich pass da nicht rein. Es ist... Ich sag... Meinst du nicht, dass das Casper ist? Nein, das ist nicht Ben. Also... Nee, nee, nee. Was war es nochmal? Safe nicht. Das Ding ist halt... Die letzte Möglichkeit war Casey. Nein. Nein. Frauenarzt. Frauenarzt. Ja, Frauenarzt ist es nicht. Ist auf jeden Fall Tai Chi safe. So dieses Fuck nein. Ja. Auf jeden Fall Tai Chi. Tai Chi. Lauf. War auf der Juice CD 2007. Da war er noch Tai Chi. Ja, da war er noch Tai Chi. Siehst du? Da haben wir ihn gehabt. Da hat er noch sein anderes Ego benutzt. Sechste Line. Der Waldgang setzt in mir die alten Kräfte frei. Der Wind flüstert uns zu, dass es am besten sei. MC Bomber, Blumentopf oder Frankie Kubrick? Frank oder Frankie Kubrick? Nee, Frankie. Ah, psych. Psych. That's the wrong number. Das Ding ist... Ich bin voll hängen geblieben auf diesem Waldgang. Weil wer von denen geht so im Wald spazieren? Das ist die Frage. Also MC Bomber geht höchstens ironisch spazieren auf dem Waldgang. Deswegen wird es fast schon passen, würde ich sagen. Weil das ist so an den Haaren, aus der Nase gezogen, an den Haaren herbeigezogen. Bruder, was sagt man da? Aus den Nasen herbeigezogen. An den Haaren herbeigezogen. An den Haaren herbeigezogen. An den Haaren herbeigezogen, ne? Ja. Und was war das noch? Bomber? Blumentopf? Und Frankie Kubrick. Aber Blumentopf bin ich halt raus. Ich kenne ja nix. Also Frankie Kubrick geht nicht im Wald spazieren, würde ich einfach mal so sagen. Wow. Ja. Keine Ahnung, Digga. Wenn er richtig lit drauf auf Drogen ist, dann geht er immer so im Wald ein bisschen rumschweißen. Aber Blumentopf, Digga, die sehen aus, als würden die richtig gerne im Wald spazieren. Willst du nochmal hören? Ja. Der Waldgang setzte mir die alten Kräfte frei. Der Wind flüstert uns zu, dass es am besten sei. Das ist am besten. Und jetzt die Antworten? Digga, MC Bomber, Blumentopf, Frankie Kubrick. Alter, das ist halt... Das Problem ist, ich habe noch nie einen Song von Blumentopf gehört in meinem Leben. Hast du schon mal einen gehört? Nein, ich sag ja. Ich kenne nichts von dem. Von Frankie Kubrick kenne ich noch, du blutest voll. Von MC Bomber kenne ich auch nichts. Ich weiß nur, dass er so ironische Sachen immer macht irgendwie. Aber das stimmt nicht. Das passt nicht. Ich werbe echt für Karibik Frank. Du sagst, ich würde dir jetzt Blumentopf sagen. Alter, die... Nein. Digga, die gehen auf jeden Fall gerne im Wald spazieren. Guck mal an, Alter. Mach was du mal an, Alter. Aber ich werde dir sagen... Ja, du hast mehr richtig bis jetzt als ich. Du sagst, you call the shots. Frankie Kubrick. Das ist MC Bomber. Oh. Der Song heißt der Wald. Guck mal, natürlich heißt der der Wald. Gut. Zwei falsch. Alles noch. Alles cool. Ja, alles gut. Wir schaffen trotzdem alle. Siebte Line. Du und deine Frau, ihr seid ein wunderschönes Paar. Ihr wiederholst sogar euer Ja-Wort jedes Jahr. Prinz Pi, Sido oder Retro-Gott? Ich weiß es. Du kennst die Zeile? Ja gut, dann mach Sido. Ja. Sido Herz. Bruder. Easy. Das ist meine Liebe. Gut. Dann kommen wir zu achten. Es war einmal ein Mädchen. Sie war etwas frühreif. Und sie macht es einem warm ums Herz wie Glühwein. Digga, das ist voll die pädophilen Zeile. Bushido, K.I.Z. oder Flair? Ey, K.I.Z. nie was gehört. Da bin ich raus. Ich verstehe. Bushido, K.I.Z. oder Flair? Das Ding ist, das ist halt voll die Pädolein. Nochmal. Das muss K.I.Z. dann sein. Das weiß ich nicht. Das denk ich ehrlich. Es war einmal ein Mädchen. Das Ding ist, aber K.I.Z. kenn ich ja gut. Ja. Da bin ich eher dran. Okay, also nochmal. Es war mal ein Mädchen. Sie war etwas frühreif. Und sie macht es einem warm ums Herz wie Glühwein. Antworten waren K.I.Z. Oh, wir haben einen Tipp bekommen. Was? Wir haben einen Tipp bekommen. Ich hab dich nicht gehört. Ich schwör, ich wusste das. Aha. Ich weiß weder die Antworten noch, noch kenn ich die Antwort. Was waren die Möglichkeiten? K.I.Z., Flair und Bushido. Ich hab gerade den Tipp bekommen. Ich hab ihn nicht gehört. Aber das ist ... Was denn? Ich hab gerade einen Tipp bekommen. Von irgendwoher. Nimm ihn doch wahr, Alter. Aber die Menge weiß das. Die wollen das nicht. Was war der Tipp? Wir wollen sehen, wie wir scheitern. Ich hab den auch nicht verstanden. Bushido war der Tipp. Ach so. Krasser Tipp. Das ist einfach die Antwort. Wie? Weißt du das? Nein. Ja, was laberst du? Das ist kein Tipp. Ach, halt die Schraunze. Ja, dann nenn's. Ich hätte gesagt, ich hab Carl Bushido. Ja, sag's. Ich würd's auch sagen. Aber jetzt sagen wir einfach mal Bushido. Ja, es ist Janine von Bushido. Krass. Was? Aber die Zeile ist gut unangenehm. Wie ist denn passiert da noch irgendwas in dem Track? Die Zeile ist gut unangenehm, Alter. Die ist frühreif und die ... Da muss er jetzt. Wie Glühwein. Und geht das Lied nicht darum? Weißt du das noch? Ich weiß auch nicht mehr. Irgendwas ist da noch passiert. War das nicht eine Prostituierte oder sowas in der Art? Auf jeden Fall war es so eine ganz schlimme Story. Ja. Ja, das kann sein. Ich weiß, dass damals in Hamburg ganz viele Leute auf genau dem Beat auch so eine Story erzählt haben. Aber immer über andere Mädels. Das war so diese nicht mal Myspace-Zeit. Da haben alle ihr Headset rausgeholt und angefangen zu rappen. Und dann gab es immer so diese Songs von so, keine Ahnung, dann Alexandra hieß der eine und dann der andere, was weiß ich, Sophie und sowas. Und dann halt so immer Songs über die jeweiligen Mädels, so ausgedachte Storys, die alle halt so eine ähnliche Story hatten. Ja, nice. Auf jeden Fall wurde da kein Warmum. Mal eine Compilation machen. Ey, wenn ich die wiederfinde. Es gibt ja dieses verborgene Mixtape von PRZ und mir. Emotionen und Muskeln, wollten wir es nennen. Da haben wir ja alle Songs aus dieser Zeit aus Hamburg gesammelt und wollten das einfach rausbringen und hosten und sowas. Aber ich glaube, nicht so gute Idee. Gut, neunte Line. Neunte schon? Ja, wir sind schon bei der neunten. Krass. Ihr habt erst zwei falsch. Wenn ihr jetzt nochmal durchzieht, ist es gut. Neunte Line. Ihr seht, dass ich am Ende meiner Nerven bin. Doch vorher will ich einen von euch unter die Erde bringen. Das kommt mir bekannt vor. Masimoto, Fettoni oder Azad. Du kennst das. Also warte. Masimoto. Fettoni oder Azad. Ich dachte, du kennst das. Nochmal die Line. Ihr seht, dass ich am Ende meiner Nerven bin. Doch vorher will ich einen von euch unter die Erde bringen. Ist das dieser... Da habe ich eine Frage. Ich will jetzt... Also guck mal. Ich glaube, das ist... Ja, frag ihn welcher Song das ist. Ich glaube, das ist dieser Masi... Beerdigt... Dieser disst alle... Juice oder... Ja, das ist richtig. Das ist Todesliste, ja. Todesliste. Richtig. Nicht alle... Juice... Alle Tod-Songen. Also diese Juice-Indition. Ich dachte, das ist das. Ist das ein Genre? Ja. Es gab einen Song, wo er halt die ganzen Rapper disst. Und dann gab es noch so ein Juice-Exclusive, wo er die Juice disst. Ich glaube, ja. Damals hatte ich noch Rap-Fan. Warst du Rap-Fan? Dann sind wir bei der Letzten. Finde ich gut. Okay, die Letzte, die wir jetzt auch noch. Er lebt an einem Pfeiler an der Treppe, wo er da sitzt. Apathisch. Startet er in das Dunkle und fühlt gar nix. Trailer Park, The Orsons oder 257ers? Damn. Who knew? Damn. Was? Also, wer ist apathisch und sitzt an der Treppe? Er lebt an einem Pfeiler an der Treppe, wo er da sitzt. Apathisch. Startet er in das Dunkle und fühlt gar nix. Wer? 257ers Trailer Park und was war das andere? The Orsons. Okay, wer sitzt da? Der Protagonist. Der Protagonist? Ja. Warum ist der... Aber nicht der, der es rappt? Er sagt doch, er sitzt. Er sagt nicht, ich sitze. Ja, aber es gibt ja diese Rap-Songs, diese Storytelling-Songs, wo man von sich selbst aber von er spricht, weil das so eine krasse Ebene bildet, dass Leute sagen, ich kann mich da hineinversetzen und sowas. Solltest du ja nicht. Ist das nicht so? Das machen doch manche. Manche, ja. Genau wie diese Generations-Songs, dieses Du, bla 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 oder wir immer sagen. Und das ist das Ähnliche vielleicht. Vielleicht redet er über sich selbst, das ist der Hint. Ja, okay, dann kriegen wir das jetzt nicht weiter. Aber jetzt müssen wir wissen, wer ist am meisten apathisch von den dreien? Wenn die Horsons 2-4-7 das ist unter Trailerpark. Boah. Das ist echt... Hm. Damn. Who knew? Ähm. Ja. Also keine Ahnung, die Horsons würde für mich am ehesten noch passen. Außerdem ist das wieder dieses Ding, weißt du, die fallen am meisten noch raus aus den Gruppen. Und ich kann mir vorstellen, dass es nur so, weißt du, so dieser Trick ist, wir nehmen einfach Gruppen. Ja. Weißt du, als drei Antwortmöglichkeiten. Ja. Also ich würde auch... Ich würde sagen Horsons, tatsächlich. Weil 2-5-7, das machen so eine Art von Songs eigentlich nicht, das klingt zu ernst. Ja, aber vielleicht wollten die wieder so ein Radio-Ding machen. Nee, da machen die was ganz anderes, da machen die doch irgendwie mit Kiffen und Ballermann und... Was? Holland und so. Holland? Ja. Stimmt. Die machen dann eher sowas. Ja, einfacher. Das klingt ja voll ernst. Das klingt wie so... Aber soll es das nicht? Na, das ist halt das... Das sind Orsons. Das hat bestimmt... Ich sag Orsons, ich sag Kaas hat das gesagt. Ähm, Orsons ist richtig, es hat Tua gesagt. Echt? Uuuuh, Bruder, das ist mein Bruder. Was soll das denn, Digger? Keine Ahnung. Echt? Welcher Song ist das? Ja, das ist Zum Mond. Das war der von Die Herrlichkeit in Ewigkeit, blablabla, Album von 2009. Aber guck mal, weißt du, was nämlich jetzt mein Tipp noch gewesen wäre, warum auch Trailerpack nicht? Weil der Song versucht ja irgendwie dir noch, glaube ich, irgendwie noch so eine krasse Message für dein Leben mitzugeben. Ja, aber ich dachte, das ist der Twist daran, dass die, wenn man den Text weiterliest, dass er dann komplett... Nee, 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 nee. Bruder, ich hatte einfach recht. Wir haben jetzt acht, ne? Ja. Das nächste Mal bringe ich noch einen Homie mit und dann habe ich neun. So machen wir das. Wir sind fertig, ja. Nice. Dankeschön. So, jetzt nochmal. Danke. Danke.